Wie lange ist Amphetamin nachweisbar und wann kannst du frühestens wieder nach dem Konsum von Amphetamin Auto fahren, ohne dass du dir Kopfschmerzen darum machen musst, in eine Polizeikontrolle zu kommen? Genau diese Frage beantworte ich heute in diesem Video. Mein Name ist Dustin Senebald und in den letzten dreieinhalb Jahren habe ich mit meinem 25-köpfigen Experten-Team über 6.000 Menschen aus ganz Deutschland online dabei geholfen, ihren Führerschein zurückzubekommen. Wie sieht es denn mit Amphetamin aus? Wann darfst du wieder Auto fahren, wenn du konsumiert hast? Das ist eine Frage, die immer wieder vorkommt und auch viele Konsumenten sollten sich diese Frage stellen. Hey, wann darf ich wieder nach dem Konsum Auto fahren, damit ich keine Probleme bekomme? Dazu habe ich eine Tabelle vorbereitet, die wir einmal hier durchgehen. Die Amphetamin-Nachweisbarkeit von einem Gramm, das ist so der übliche Schnitt eines Konsumenten. Wir haben das gegliedert bei einem einmaligen oder einem gelegentlichen Konsum oder bei einem dauerhaften bzw. chronischen Konsum. Wenn du jetzt einmalig ein Gramm Amphetamin konsumierst oder beispielsweise jedes Wochenende am Samstag beim Feiern, dann kann man dir das ein bis vier Tage im Urin nachweisen. Im Blut kann man es maximal 24 Stunden nachweisen. Was lernst du daraus? Wenn du in eine Polizeikontrolle kommen solltest, solltest du nicht auf die Idee kommen, Urin abzugeben, weil es länger nachweisbar ist. Selbst wenn im Blut nichts mehr vorhanden ist, ist das ein Indiz, dass du Konsument bist und dann kann es Probleme geben. Wenn sie es im Blut finden, gibt es so oder so garantiert Probleme. Deswegen solltest du, wenn du konsumiert hast, beispielsweise am Wochenende und du fährst montags Auto oder dienstags und kommst in eine Kontrolle rein, dann geh lieber freiwillig mit zur Blutentnahme und verweigere die Urinkontrolle. Das ist so oder so freiwillig, solltest du immer verweigern. Wenn du ein dauerhafter oder ein chronischer Konsument bist, also jeden Tag Amphetamin konsumierst oder sogar mehrfach Amphetamin konsumierst, dann ist es vier bis acht Tage in Urin nachweisbar und im Blut bis zu 36 Stunden. Amphetamin hat so gesehen den Vorteil im Vergleich zu anderen Substanzen wie Kokain oder Cannabis, dass du hier nicht extrem lange Zeiten von Wochen oder Monaten erreichst. Allerdings ist, wenn du dauerhaft oder chronisch jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder meinetwegen sogar jeden dritten Tag konsumierst, bist du dauerhaft unter dem Einfluss von Amphetamin und man kann es dir dauerhaft nachweisen. Deswegen solltest du, wenn du ein dauerhafter, chronischer Konsument bist, das Ganze einmal überdenken, wenn dir dein Führerschein natürlich auch etwas wert ist. Wenn er schon weg ist und du aus dieser Spirale nicht rauskommst, musst du natürlich andere Möglichkeiten ausschöpfen, um aus diesem Wahn einfach herauszukommen. Beim Amphetamin musst du, wie gesagt, immer darauf achten, dass du nie Urin abgibst, weil es im Urin deutlich länger nachweisbar ist, im Blut ist es deutlich kürzer nachweisbar. Wenn das Ganze bei dir aber schon leider zu spät ist und du kramst in eine Kontrolle und wir haben dir etwas nachgewiesen und du musst jetzt die MPU machen, dann gibt es auch eine Möglichkeit, wie du deine MPU mit einer verkürzten Abstinenzzeit von nur sechs Monaten anstatt 15 Monaten bestehen kannst. Wie das Ganze auch für dich funktioniert, erkläre ich dir in einem kostenlosen Beratungsgespräch. Wie kommst du zu dieses Gespräch? Ganz einfach unter diesem Video, hier ist eine Videobeschreibung, da ist ein Link, da klickst du einmal drauf und dann kannst du dich direkt eintragen zu einem komplett kostenlosen Beratungsgespräch. Sobald du das getan hast, werde ich dich sofort danach zurückrufen und erkläre dir, wie du deinen Führerschein in sechs Monaten wieder zurückbekommst. Deswegen nutze die Chance, trag dich ein, den Link findest du, wie gesagt, hier in der Videobeschreibung. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Dustin Seenewald von der Firma Sedora Consulting GmbH. Ich würde jedem die Vorbereitung bei Sedora empfehlen, siehe mich als Beispiel. Ich hatte keine Ahnung von gar nichts, habe von niemandem Hilfe gekriegt, keine Auskunft vom Straßverkehrsamt bekommen und habe durch euch heute alles erreicht, mein Führerschein bald wieder. Also für jeden, der keine Ahnung hat, für jeden, der nicht weiß, wo mir da anfangen soll, wo er steht, einfach bewerben und euch wird geholfen. Also für jeden, der eine Ahnung hat, für jeden, der eine Ahnung hat,